Hallo Leute und willkommen zurück oder falls zum ersten Mal hier bist, willkommen zum Free Source Fortune Podcast. Mein Name ist Egeben, ich bin der Host dieses Podcasts und angehender psychologischer Berater und Personal Coach und in meinem Podcast geht es um moderne Spiritualität, um deine Selbstentwicklung und Verwirklichung und warum deine seelische Freiheit das größte Vermögen ist, was du haben kannst. Und heute geht es mit der 19. Episode meiner Edelstein-Reihe weiter. Ja, du hast richtig gehört, 19. Ich habe noch ganz viele weitere Episoden zu Edelstein. Schau sehr gerne auf YouTube bei meiner Playlist Edelsteine vorbei, da ist alles für dich ordentlich sortiert. Und ja, wie du am Titel schon gesehen hast, geht es heute um den Fuchsid. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, der Name Fuchsid leitet sich von dem Namen des Mineralogen Professor J. Endpunkt von Fuchs ab. Ich habe leider den ganzen Namen nicht herausfinden können. Ich habe sehr lange recherchiert, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich da nichts gefunden. Falls du es weißt, schreib sehr gerne auf YouTube in die Kommentare, dann lernen wir alle was von dir. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Sein grüner Pigment-Farbstoff wird übrigens oft in der Malerei verwendet und vorkommen tut er in Australien, Indien, Schweden, Russland, Brasilien und noch vielen weiteren Ländern, hauptsächlich aber Russland. Jetzt kommen wir zur Mineralogie und Entstehung. Der Fuchsid ist eine chromhaltige Varietät des Muscovids und gehört zur Gruppe der Glimmer und somit zur Mineralklasse der Silikate. Chrom ist übrigens ein chemisches Element und ein Übergangsmetall. Der Fuchsid entsteht bei Metamorphose, das ist eine Umwandlung der mineralogischen Zusammensetzung eines Gesteins durch Steigerung von Temperatur und oder Druck, aber auch magmatisch. Nun kommen wir zu den Farben und Varianten. Seine Farbe ist eigentlich immer grün, aber manchmal kann er auch leicht türkis bzw. ins bläuliche gehen. Natürlich gibt es ihn als Rohestein, aber auch geschliffen und poliert, wie zum Beispiel als Handschmeichler, aber falls du mich schon kennst, dann weißt du, dass ich immer Rohesteine empfehle, denn diese eignen sich einfach viel besser für deine Meditation, deine Arbeit mit dem Stein, aber auch zum Beispiel für Edelsteinwasser, weil dann diese ganzen inneren Mineralien abgegeben werden können ans Wasser. Aber wenn er poliert ist, dann ist er ja schon poliert. Dann gibt es ja keine rauen Flächen, wo dann quasi was abgegeben werden kann ans Wasser. Jetzt kommen wir zu den Wirkungen auf den Körper. Der Fuchsid hilft besonders beim Detoxing, aber auch bei Allergien und Entzündungen. Er fördert unsere Kreativität, er stärkt aber auch unsere Sinne und macht uns fitter. Außerdem gleicht er unsere weißen und roten Blutkörperchen aus und er hilft sehr bei Depressionen, Melancholie und auch Ängsten. Jetzt kommen wir auf die Wirkungen auf seelischer und geistiger Ebene. Er macht uns ruhiger, er macht uns harmonischer, er hilft uns besonders bei Krisensituationen in unserem Leben. Also wenn unser Lebensweg mal holpriger wird, dann hilft der Fuchsid uns, unseren Weg aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und vielleicht dementsprechend auch andere Wege und Lösungen aus dieser Krise zu finden. Außerdem hilft er uns, eine Pause von diesen ganzen Problemen zu nehmen. Zudem stärkt er unsere Selbstliebe und sein Glimmer Schimmer und die grüne Farbe schenken uns sehr viel Lebensfreude, schon allein beim Anblick. Damit du auch all diese Vorteile genießen kannst, erzähle ich dir jetzt, wie du ihn anwenden kannst. Wie schon vorhin angeteasert, du kannst ihn als Edelsteinwasserstein benutzen. Das heißt, du legst ihn dann einfach, nachdem du ihn natürlich gründlich mit Wasser gewaschen hast, unter stilles, lauwarmes Wasser bzw. in stilles, lauwarmes Wasser. Und dazu kannst du zum Beispiel einfach eine Glaskaraffe nehmen, was ich dir empfehlen würde. Und dann lässt du den Stein einfach über Nacht oder mehrere Stunden, also du solltest ihn schon so drei, vier Stunden drin lassen und dann kannst du das Wasser auch schon trinken. Ansonsten, wenn du keine Lust auf Edelsteinwasser hast, kannst du natürlich auch sehr viel Hautkontakt mit dem Stein haben. Das heißt, dass du ihn einfach jeden Tag ein paar Minuten in den Händen hältst, vielleicht deine Augen schließt und ein bisschen visualisierst, vielleicht ein bisschen die Energie wahrnimmst, wie sie quasi in dich hineinfließt, wie der Stein seine Energie an dich abgibt. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu Chakra und Sonnenzeichen zur Ordnung. Der Fuxit wird dem Herzchakra zugeordnet, das heißt, du kannst ihn am besten bei der Meditation über dein Herzchakra halten und er wird dem Sonnenzeichen Wassermann zugeordnet. Jetzt kommen wir zur Reinigung und Ladung. Du solltest ihn unter lauwarmem Wasser halten und reinigen und du kannst ihn auch gerne bürsten oder ich weiß, vielleicht mit dem Spülschwamm, ohne Spülmittel natürlich, einfach mal ein bisschen drüber reiben. Wenn er zum Beispiel matt ist oder ein bisschen farbloser erscheint, dann solltest du ihn reinigen und einmal im Monat solltest du ihn mit Hämatit-Trommelsteinen, also du legst den Fuxit dann einfach in eine Schale mit Hämatit-Trommelsteinen, entladen und aufladen tust du ihn mit einem Bergkristall oder mit mehreren Bergkristall-Trommelsteinen, wie du möchtest. Und du kannst ihn auch unter der Sonne aufladen, also unter den Sonnenstrahlen. Dies solltest du dann aber auch über mehrere Stunden hinweg machen. So, ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, hinterlass sehr gerne ein Abo und einen Daumen nach oben auf YouTube. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, ich habe noch viele weitere Episoden, die findest du unter der Playlist Edelsteine auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, einen Kommentar schreibst, was du von der Episode gehalten hast, ob du einen Fuxit hast oder welche Edelsteine du schon hast. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.